Nach dem nächsten großen Audi kommt nun die nächste große iPad-App, der Audi A1 e-Katalog. Eine Katalog-App, die die Möglichkeiten des iPads perfekt nutzt und dabei so individuell ist wie Sie. Berühren Sie den Bildschirm und folgen Sie dem Audi A1 von Seite zu Seite. Machen Sie ihn zu Ihrem persönlichen Begleiter, wählen Sie Lackfarben und Felgen aus, ganz so wie es Ihnen gefällt. Doch lieber anders? Kein Problem, mit nur einem Touch können Sie Sie jederzeit ändern. Wie wär's mit einem Blick in den Innenraum? Oder Sie testen Funktionen des Audi A1 bei sich zu Hause, direkt auf Ihrem iPad. Licht bei Tag und bei Nacht, Fernlicht an und aus. Radio, Media, Navigation, Telefon, Fahrzeugsysteme. Fast so, als würden Sie tatsächlich am Steuer sitzen. Auf jeder Seite gibt es mehr zu entdecken. Motorisierung, Hintergrundinformationen oder Videos, in denen die Designer von der Entwicklung des Audi A1 erzählen. Und dank des Menüs, das Sie jederzeit aufrufen können, landen Sie immer genau dort, wo Sie hin möchten. Zum Beispiel bei der Audi A1 eTour, Ihrer interaktiven Probefahrt, bei der Ihr iPad zum Steuer wird. Entdecken Sie den Audi A1 in seiner ganzen Größe, auf Ihrem iPad. Der Audi A1 eKatalog, jetzt im App Store. BALDEA 4 BALDEA Vielen Dank.